jo leute was geht willkommen zu einem neuen video heute mit monster gamer und ja er hat halt kein headset das ist aber nicht schlimm ja und dann hört man ihn halt auch nicht doppelt wenn es hätte ich bin heute ein bisschen duos ja ich freue mich und ja das mal machen wir jetzt werden wir ein paar gegner rasieren und er wollte halt mit mir aufnehmen und dann ja er macht den dos getan warte 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 wir müssen ausgaben 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 sind nämlich die best no g's alter no skins sind ehrenmänner in die kommentare hashtag no skins sind ehrenmänner in die kommentare bitte mal dankeschön leute und monster gemma du schreibst auch dankeschön ich muss sie direkt weg ich bin aussehen irgendwo eingebrochen ich bin aussehen irgendwo eingebrochen wir müssen hier weg monster gemma monster gemma wir müssen hier weg ich hasse es hier weil ich hatte es hier wirklich ein korne komplex wegen den ganzen scheiß spots und der gemma ich will in die zone willst du mitkommen ja okay warte oder warte komm einfach mit drauf und jetzt bist du da leuten scheiß doch weil ich habe mich hat der korne komplex er hat nur kostetruhe gefunden dafür jetzt mal hin wir können auch direkt schon wieder landen wir sind ja ich habe auch leider keine waffen und ich hoffe jetzt mal dass hier welche drinnen sind äh in der kostetruhe los hilfe ich hoffe jetzt da ist deinBl Butter für seine ja dann noch mal ganz kurz der der die télé quarterly sind Paydler und Ab merchand Sean ich möchte nicht mehr so etwas sch weil wir sind sagte ich sind sofort vermutlich hiermit baulich stumbled ich glaube die sich eine Waffe wird die EPS haben oder im B in der Einfachung und das Bild es ist mir so scheißegal jetzt da und Ehrenhaus kennst ich habe ja nur eine epische Sniper aber oh das ist ein Huhn, das ist neipig das ist neipig Jo! Let's go! das arme Huhn oh dank für die Tätigkeit ja da ist ja nicht gar nichts, ich habe nur gerade einen Huhn innen wer ist da? ist da jemand? da hinten? ich weiß nicht was da will äh da hinten ist irgendwas unscheinend, okay oh scheiß ich habe aus Versehen geschossen, tut mir leid ne das war eigentlich aus Versehen ach da das ist ja wirklich ja let's go digger ich habe den Direktopf genommen, okay wir hätten ihn noch erst verhören können aber ich muss kurz einstellen dass ich Waffen automatisch sammle Waffen automatisch aufnehmen äh 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 egal speichern so bis kurz warte doch mal da hinten oh ne äh äh was ist das was für ne mysteriöse Markierung äh ich komm nicht mehr aus ich kam nicht mehr aus dem Ziel äh Menü weg achso ich muss ne Waffe ausrüsten ich würd gern diese hier äh kaufen kaufen vor allem so okay jetzt haben wir die auf ungewöhnliche Waffe eingestellt das ist tatsächlich auch sehr gut äh Fisch haben wir Fisch Army geil Geldautomat haben wir auch okay ja machen wir so ich hab mir mal ne seltene Tag äh ich mein ungewöhnliche Tag oh hier hat jemand was hingesprüht geil oh wer war das hier da hinten ist jemand warte hier ist jemand ja Snipey Snipey äh ich hab irgendwas dem jetzt eingestellt das ich gar nicht wollte ich hab einen ich hab einen Hit gemacht let's go best bester Sniper Typ let's go da hinten ist der da hinten sind die da hinten ist die da hinten ist die äh versuchen sich tatsächlich vor uns zu verstecken aber ach da hinten fast hätte ich die fast hätte ich die getroffen ja let's go bro Warte Scheiße Scheiße, okay, der hat auch noch einen Sniper Scheiße, er fasst, 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 fasst Ich hab einen Hit bekommen, warte Ja, let's go, Digga So läuft der Hase, Leute Wir, äh, let's go Oh, die holen die heute mal echt War schon wieder, äh, fünf Bälle-Sterne, geil Warte Ich hab, oh moin, Alter, was haben die für geile Waffen hier Ey, läuft bei denen, Alter, läuft Also, ne, danke, aber, äh, da hinten, ja, was soll das sein Äh, ist da hinten jemand, oder? Leute, wir haben ja die richtig Hauptsinn genommen, Leute Richtig gut sind wir, Alter Nice geschadet, der Die besten Spieler der Welt Weil, wenn man, ich hab's doch gesagt, wenn man den ausgenimmt, dann schafft man alles Äh, wo? Hier irgendwo Ich weiß nicht wo So, kann ich nehm schon mal meine, äh, taktisch-rotflinte hier In der Hand Let's go Leute, habt ihr das gehört? Da war ein Schuss Oh mein Gott Hier ist ein geiles Boot Nice Ja, nimm die Granaten, Alter Ist mir scheißig Okay, okay, dann doch nicht, dann Macy Ich glaub, da war jemand Oh, ist das süß Das ist aber, der Bushranger ist gestorben Der andere ist gestorben Wein Du wirst wein Nein, du musst wein Nein Wein, wein Wein doch Ey, der soll immer noch so ein Ach nee, der soll so ein kleines Sofaschen sein irgendwo Warte, da soll irgendwo noch so ein, äh, kleines Sofaschen sein Hab ich gehört Da war ja noch so ein, äh, dickes Sofa So, anscheinend jetzt richtig klein sein Mach das mal weg hier Warum mach ich denn den Baum? Warst du das, oder? Scheiße, ey Der arme Bushranger, ey Ich hab den, äh, leider nicht Ist das sein Sohnemann, oder was? Der hatte noch kein Face Weil wir müssen das feiern, dass er Wir müssen feiern, dass er wieder Dass sein, dass ein neuer Dass er wieder lebt Wir müssen das feiern, dass er wieder lebt Okay Warte, wir gehen weiter Wir gehen weiter, wir gehen weiter Wir müssen das feiern, dass er wieder lebt Genau Alter, was labere ich immer für ne Scheiße? Also, kannst du mir das bitte erklären? Nein, du hast doch kein Headset Scheiße Let's go Wo? Hier Da hinten ist jemand Da hinten ist jemand Da hinten ist jemand Da hinten ist jemand Warte, ich snipe die, ich snipe auch Ich snipe auch Habe, 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 Habe Habe, Habe Gemegert Das ist nicht so lust, Alter Warte Ach, da ist nix, okay Das ist nix geiles Ich glaub, der hat uns gesehen Ach, scheiße Hier ist der, der ist, äh Ach, scheiße Der hat mich geholt Komm, komm, komm Nosekins an die Macht Der hilft ja Nosekins an die Macht Nosekins an die Macht Nosekins an die Macht Nosekins an die Macht Ja, let's go, Alter Komm, komm, komm Ich hab doch gesagt, das hilft, Alter Danke Ich hoffe, die Zone killt mich jetzt nicht So, hab MadKit, hab MadKit Alles gut, warte Ich stoppe mir kurz das MadKit noch voll Und dann bin ich wieder voll Noch nicht ganz, aber Ich brauch keine Minis Oder sonst irgendwas Warte, wir können hier Schnell, schnell Ja, hol noch alles mit Gönn da, gönn da, gönn da Ich könnte auch nur ne, äh, Sniper gebrauchen Ach, ne, du hast die schon Alles gut Warte, komm, jetzt, komm, komm Let's go, wir, äh, hauen mal schnell hier ab, ne Bevor wir noch alle sterben, Alter Hier ist die Zone Okay, da hinten, geil Mach ich, mach ich, mach ich Wenn du das verkackst Dann verkackst du das Nein, wir werden nicht versinken Wir werden nicht sterben Wir werden gar nix Oh, ich hab nen Baum angefahren Intelligenz vorhanden Ja, Snipe Snipe einfach Snipe, geil Oh, da hinten ist sogar jemand Ach, egal, wir lassen uns nicht aufhalten Wir fallen jetzt schön in die Zone rein Was auch sind da Let's go Oh mein Gott Ich glaub, ich hab Schüsse gehört Was auch Da ist sicher jemand irgendwo Da hinten ist jemand Da ist doch Ja, da ist jemand Da ist wirklich jemand Ich seh aber keinen Ich seh aber keinen Ich seh gar keinen Ich, ich hör was Und ich, ich weiß auch wo Schüsse sind Ich hab ja einen Kompass oben Jeder hat einen Kompass oben, aber egal Ja, mach dich wohl Da hinten ist jemand Ach, das ist ein Schmetterling Ein Schmetterling Danke Ah, brauch ich grad nicht Wir können auch so klar Nur der Spruch Nuskens an die Macht hilft Mehr brauchen wir auch eigentlich nicht Im Haus ist jemand, oder was? Okay, meinst du, da ist irgendwas? Ne Hier ist keiner Ich find hier grad keinen Egal was du denkst Ich schwör, hier ist keiner Da hinten ist jemand Da hinten Da hinten sind welche Da hinten sind welche Find ich auch Warte, warte, warte So Da hinten Ja Oh mein Gott, der rastet direkt aus Scheiße Oh scheiße Ich hab ihn fast Ich hab ihn fast Ich hab ihn fast Oh nein Nein Wo? Nein Wo war der denn? Ach, das ist der Den ich gesnipet hab, glaub ich Das glaub ich mal Lol, der sieht so geil aus der Gleiter Scheiße Komm, komm, komm Okay, das ist doch, das ist das Okay, das ist doch, das ist das Nicht verkackt Nosegans an die Macht 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 Okay, Leute Wir haben versucht Wenn es Leute, der hat dich mit einer Sniper gekillt Vor allem Neue Optionen da dran Egal Leute, ich hab's euch gefallen Montagelmach noch was zu sagen Sehr schön Ich hab's euch gefallen Abonnenten Glocke aktivieren Gebt ihm wieder einen Daumen hoch Und schaut mir mal gerne bei Montagelmach noch an Tylestensalmach Menü Untertitelung des ZDF, 2020